FCM-Fan-Session wird präsentiert von... Rich von Anna Höhl! Herzlich willkommen zur FCM-Fan-Session. Und hier steht auch schon der Präsident von der Sektion Angern. Ist das richtig? Jawohl, ich bin der erste Vorsitzender. Karsten Mennheim, hallo. Erzähl mal so ein bisschen was über Sektion Angern. Seit wann gibt es euch wie viele Mitglieder und was kann man bei euch so Gutes erwarten, wenn ich mich da jetzt einschreibe als Mitglied? Ja, also gegründet haben wir uns im Jahr 2018, im Februar genau gesagt. Und ja, natürlich auch schon Jahre vorher mit vielen Kumpel schon unterwegs gewesen im Fußball geguckt und den FCM unterstützt. Aber irgendwann haben wir gesagt, Mensch, lass uns mal was richtiges machen. Und dann haben wir gesagt, wir gründen den Fanclub. Gründungsmitglieder waren wir ungefähr 15 Leute. Mittlerweile sind wir bei 40 angekommen. Aber Mitgliederzahlen muss man sagen, querbeet vom Alter her, von den Kindern angefangen. Zehn Jahre bis hoch zu 59 ist unser ältestes Mitglied jetzt, der diesen Monat auch noch 60 wird. Da machen wir auch noch eine schöne Party zusammen. Ja, das ist so im Groben. Von 2018 zu 2021 sind jetzt drei Jahre, ist nicht so viel. Was habt ihr denn da vorgemacht? Da wart ihr nicht beim FCM? Davor waren wir auch beim FCM, natürlich. Aber wie gesagt, noch nicht offiziell als Fanclub. Ja, aber irgendwann haben wir eben gesagt, Mensch, lass uns mal was Handfestes machen und so weiter. Und die Kontakte waren ja da zu den Leuten und zu den Verantwortlichen auch schon und zu den anderen Fans. Und da haben wir gesagt, Mensch, machen wir einen eigenen Fanclub und versuchen da was auf die Beine zu stellen. Und muss man vielleicht noch dazusagen, Sektion Angern sind nicht nur Leute aus Angern, es sind auch aus dem Umland, ja, die da immer zukommen. Die Dörfer ringsrum, die da liegen und so weiter. Also es ist nicht nur rein Angern, ja. Kommen wir gleich mal zur Sache. Wenn ich heute auf die Tabelle schaue, mit drei Punkten von heute könnten wir die Tabelle anführen. Wie ist denn das für dich, wenn du da drauf guckst? Hast du da eher Angst, dass das wieder nach unten geht mit den Erfahrungen von der letzten Saison? Oder sagst du, genau so geht es weiter? Ja, ich denke mal, genau so geht es weiter. Also ich denke mal, die Truppe, die zusammengestellt wurde, ist eine schlachtkräftige Truppe. Was von der Bank kommt, ist super. Ja, es geht dann gleich wieder vorwärts und geht weiter. Sonst ist es kein Einbruch da. Und die Motivation sollte da sein, die Tabellenspitze zu erobern. Und wenn man die Tabelle sieht, ist natürlich alles sehr eng. Wenn man sieht die ersten zehn Mannschaften und die dritte Liga ist natürlich auch, wo man sagen muss, da kann jeder jeden schlagen. Und da sollte man zusehen, dass man wirklich dann auch die drei Punkte holt, gerade zu Hause. Aber der Gegner ist natürlich auch gefährlich, ja. Wenn die Ausstellung so bleibt und wir wirklich weiter stark daran kämpfen, dann bleiben wir sicherlich oben an erster Stelle mit, ja. Der Kader ist momentan sehr stabil, wie ich finde. Wenn man das im letzten Jahr vergleicht, ist es eher so, war das letzte dünnes Eis. Aber dieses Jahr merkt man halt, dass da Spielkultur ist, ja. Einfach. Also ich denke, dass wir da oben uns festsetzen irgendwann. Also wir sind definitiv voller Hoffnung. Und wir wissen, dass das einfach nur weiter so geht. Ich habe das Gefühl, dass wir so bleiben. Gute Truppe. Und ne, wir bleiben so. Und im Vergleich zur letzten Saison, was läuft denn jetzt anders, wo man sagen kann, wir stehen tatsächlich jetzt nach den ersten Spielen schon oben mit. Und letztes Mal haben wir tatsächlich nur unten mitgespielt. Wo ist denn da der große Unterschied? Der feine Unterschied vielleicht auch? Ja, ich denke aber auch die Mannschaft, wie sie jetzt zusammengestellt wurde, ja. Der Trainer kommt dazu und natürlich die Mannschaft, die zusammengestellt wurde. Also man hat jetzt wirklich das Gefühl, das ist ein Miteinander auf dem Platz. Und die fußballerischen Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten, was man so auf dem Platz sieht, finde ich, ist viel besser als die letzte Saison noch oder am Anfang der letzten Saison. Ja, das ist eigentlich wirklich eine Frage, die wir uns selber alle stellen. Weil große Spieler sind geblieben, die seitdem der Herr Tietz da ist, ist das eine völlig verwandelte Mannschaft. Die Spieler sind total verwandelt. Und wir sind absolut happy. Ich denke, das liegt an den starken Einkäufen, das gute Zusammenhalt im Team und das Feuer dahinter, auf jeden Fall. Ich denke am Trainer auf jeden Fall und halt am Showwork halt, ja. Also er hat gut eingekauft, also haben beide gute Arbeit in der letzten, definitiv. In erster Linie am Trainer, würde ich sagen. Wir hatten ja letztes Jahr, warte mal zwei, nee, ein Trainer, der Glatzkopf. Aber er hat halt kein Spielsystem erkennen lassen. Und dieses Jahr ist natürlich mit Tietz, der auch letztes Jahr schon da war, ein Spielsystem zu erkennen. Und das ist Wahnsinn. Also wird schon. Ja, Tag erstmal. Ich habe was zu sagen. Heute sind die sogenannten Roten Teufel bei uns im Wohnzimmer, in unserem schönen HKS. Wir sind vorhin schon an ihrem tollen Mannschaftsbus vorbeigefahren. Also was die für einen Spruch dran haben, naja, ist egal. Das wird für uns heute sowas von ein Sieg. Der muss kommen. Ich persönlich habe 3-0 getippt. Man kann sich ja mal, wir sind die Größten der Welt hier, hallo. Man kann sich ja mal aus dem Fenster lehnen. So ein 3-0 wäre richtig geil. Und das wäre nochmal so eine schöne Ansage an die ganze Liga, um zu zeigen, die Saison ist mit dem ersten FC Magdeburg zu rechnen. Und das wäre der absolute Kracher, wenn wir die Saison richtig rocken. Und es ist bei mir persönlich ein Privileg, man holt sich ja jede Saison das Trikot, das aktuelle, auswärts, Heimtrikot, egal wo wir sind, auswärtsfahrten. Und ich habe noch nie irgendwie eine Nummer drauf gehabt. Immer nur, weil es ist immer die Mannschaft. Sowieso die Mannschaft, das ist klar. Bei mir ist es diesmal wirklich mal ein Privileg gewesen. Ich habe gesagt, diese Saison habe ich irgendwie so ein Gefühl, der Junge, wo wir uns alle darauf gefreut haben, dass der überhaupt verlängert. Und es ist ein geiler Teamsplayer. Also ich konnte persönlich schon mal jetzt ein paar Mal mit ihm quatschen. Es ist ein geiler Typ, der sagt selber, die Mannschaft zählt. Trotzdem habe ich gesagt, pass auf, ich mache es einfach mal, ich mache das mal drauf bei mir. Und er hat es für mich selber verdient, weil es ein geiler Typ ist. Jetzt stehen wir noch mal kurz auf. Ich bleibe dabei, der Junge wird uns definitiv mit seinem geilen Pässen, mit seiner Genialität, Prost nochmal, in die zweite Liga schießen. Da bin ich fest von überzeugt. Da können wir uns nachher, zur Halbserie können wir uns hier wieder treffen oder so. Ist mir auch egal. Wenn wir da oben ordentlich mitdänzen und das werden wir, da bin ich überzeugt. Wir spielen so einen geilen Fußball und das muss doch jeder FCM-Fan auch selber sagen. Das macht doch richtig Spaß, dass wir so eine geile Truppe jetzt haben. Die sind ja außerhalb eine geile Truppe, die verstehen sich miteinander. Trinken wir da mal hin. Das ist auch wichtig. Man braucht immer ein bisschen Spülung. Und das läuft. Wir werden definitiv zweite Liga fest von überzeugt. Und dann werden wir geile Fahrten haben. Aber sowas von. Ich freue mich jetzt schon auf Gelsenkirchen. Da reißen wir die Bude ab. Der HSV rödelt ja rum. Wenn es weiter so läuft, werden wir gar nicht auf die Treffen. Dann gehen die runter und wir gehen hoch. Obwohl es nochmal schön wäre, da auch nochmal zu spielen. Aber ich bleibe dabei. Wir sind eine geile Truppe. Wir sind der große FC Machterburg. Und wir ziehen das Ding. Und heute wird... Und wenn es bis 1-0 ist, ist es auch egal. Mein Mein-Tipp ist 3-0. Und der Barich knallt auf jeden Fall einen rein. Das wird definitiv kommen. Und wenn wir gewinnen, sind wir Tabellenführer. Ich habe gesprochen. Prost. Einen kleinen Abstecher muss ich jetzt zum Schluss nochmal nach Saarbrücken machen. Da war ein ehemaliger... Du machst schon hin. Du weißt genau, was kommt, ja. Da war ein ehemaliger Spieler von uns nicht ganz so gut in den Schlagzeilen. Ist da jetzt was dran? Ist da nichts dran? Das Urteil wurde ja noch nicht gesprochen. Das wurde verlegt jetzt auf nächste Woche. Ich rede natürlich von Dennis Erdmann. Ja, das ist natürlich ein heißes Thema. Verurteilen kann man keinen. Man war jetzt selber nicht dabei. Ist natürlich... Aber wenn drei Spieler vom FCM sagen, da war irgendwo was. Ich glaube sogar vier Spieler waren es am Ende. Ist das natürlich nicht die feine Art. Weil man ja denken sollte, dass Dennis Erdmann irgendwo auch noch eine Beziehung zum FCM hat. Oder zu einigen Spielern, die er dann auch noch kennt. Und normal geht man doch direkt zum Schiedsrichter und sagt, da war jetzt irgendwas. Und nicht erst im Nachhinein. Weil der Schiedsrichter kann es zum Beispiel gerade nicht bezeugen, wie ich es überall lese. Ja, das ist wahrscheinlich auch das große Problem, dass es nirgends im Spielprotokoll drin steht. Das war, wo zum Schiri gesagt wurde, es gab Beleidigungen. Aber eben nicht auf welche Art und Weise. Und bei der Pressekonferenz gestern wurde ja auch schon darauf eingegangen, auch von Ottmar Schork, dass eben gesagt wurde, das muss man jetzt sehen, wie es da denn nun weitergeht. Weiß ich nicht. Das ist eine schwierige Sache. Wer Dennis Erdmann kennt, weiß, dass da was dran ist. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so hoch schaukeln muss. Vielleicht hätte man es auf Platz lassen sollen. Danach mit vier Leuten in die Kabine vom Gegner gehen sollen. Es tut keinem gefallen. Schwierig, schwierig. Aber die heutige Zeit ist halt ein bisschen kompliziert. Trotzdem, Dennis Erdmann, cooler Typ. Na, ich denke, Dennis ist eine coole Socke, ja. Und Provokation gehört dazu, denke ich. Wenn so ein bisschen Feuer im Spiel ist, ist es halt cool. Also ich denke nicht, dass er da irgendwie jemanden beleidigt hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, so wie wir an Erde hier kennengelernt haben, ist dem sicher nicht alles zuzutrauen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das alles viel in die falschen Ohren gegangen ist und falsch verstanden worden ist. Da traue ich eigentlich dem Erde zugehen. Ich bedanke mich bei Carsten von der Sektion Angern, dass er heute Zeit für mich hatte. Und auf Blau-Weiß heute. Alles klar. Danke. Danke.